Die Idee für einen leichten Flügeldeckel, die geistert mir schon seit Langem durch den Kopf. Das Hauptthema für mich besteht darin, den Klang zu optimieren. Und das Kiriholz hat besondere Eigenschaften, die ich als Klavierbauer schätze. Ich möchte aus dem Grund Kiriholz einsetzen, damit er leichter wird, der Komfort dadurch erhöht wird, der Flügeldeckel weniger Energie verzehrt, dass er voller klingt. Und ein positiver Nebeneffekt ist das Thema Sicherheit. Das Thema Sicherheit zum einen für den Menschen, der den schweren Deckel hebt, und für das Klavier. Kiritec gibt uns die Möglichkeit, mit einem Naturmaterial zu arbeiten, das in Europa angebaut wird. Unabhängig von der Funktionalität freue ich mich einfach, einen Mehrgewinn zu bekommen für den Klang, für den Komfort und für die Nachhaltigkeit. Ich bin Jan Enzenauer und seit knapp 35 Jahren als Klavier- und Cembalo-Bauer tätig. Ich bin Jan Enzenauer und seit knapp 35 Jahren als Klavier- und Cembalo-Bauer tätig. Ich bin Jan Enzenauer und seit knapp 35 Jahren als Klavier- und Cembalo-Bauer tätig.